hmm lecker sag mal das ist das ziemlich gutes fleisch was hatte ich bis jetzt noch lange nicht was ist das ja das sind doch pflanzen pflanzen du meinst du hast die tiere damit gefüttert mit den pflanzen nein das das sind pflanzen wir haben mit sonne wasser geerntet und ab ins brötchen was ja pflanzen basis wie sollen das funktionieren ruhig halten nee ich lasse die finger davon ich will lieber das normale gibt mir ein normales stück fleisch die 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 die